Next to the army! I'm moving. Say your language, if you can get the job done. Jo, danke dir. Hm, wenn ihr Geld habt, dann... Sachbar schaut. Hier. Ja, ich mein, ihr braucht eh nur eure beiden Waffen, also... Richtig. Obwohl, die hier irgendwie... Okay, Cash, hier. Someone grab dich. Weil ich wollte eigentlich 3000, deswegen... Hey, kannst du ein Cash? Ach, gib mir, schau doch, geh! Es regnet Geld! Ach, warte, Schutzunter. Boomstick-Time! Den kann ich auch brauchen. Bedenken Adrienne-B Kreuzze wurde mit dem Kalk langs Quietschen vertical. Korra Lauer! 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 ist der nachteil am ersten platz level 1 hat er verwecken auf freien flächen auf jeden fall und 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 Was, gleich mal die Zeit? Ah, ich bin nur noch ein zweiter Bier und es vor mir Da kommen Welle 6, da kommen noch vier Stück hin Ist das für dich hier? Ich war gut Dosh, grab it while you can, lads. Dankeschön. Ja, ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Ja. Wurde, ich hab nur ein Raketenwerfer in Hand. Sonst nix. Das ist nicht ganz so cool. Ich hab nur acht Schuss, das ist ja unglaublich. Ja. 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 Ja, die Raketenwerfer lustig aber. Ah, nicht mein Ding Ich will mal ganz schön, dass ich hier den Bogen Ja, Bogen und Granatenwerfer Ich trat ne Frauenfernsehen, die wie ich 400 Kilo Alter Vielleicht sehe ich nie was, was du nicht siehst Nacht Nacht Hier, Matze, könnte auch wenigstens gut nacht sagen Nacht Ich werde dich anschauen Scheiße Was ist los? Ich hab nur mal ne 9mm Warum? Ich hab alles verkauft, ich wollte ne andere haben Das ist ja eher negativ Ein bisschen Scheiße Scheiße Ah, ich geh, ich bin Toad Ach, ich bin auch tot Ich hab's gesehen Aber Alisa, du wuchte mich Aber Alisa, du wuchte mich Ja, roger das Ja, roger das Ja, Quatsch, nehm ich mal geht's durch den Trailer Sind die Bekloppte, das wissen wir doch alle selbst Ich hab nur noch einer Ich hab nur noch einer, ich hab nur noch Bier Geil Ich hab nur noch einer selbst die Luft gesprengt Ich hab nur noch einer selbst die Luft gesprengt Ich hab nur noch einmal die Granatlaunchock von dem genommen Und verkaufe ihn jetzt Und verkaufe ihn jetzt Sie sind netter Ja Wenn dann richtig Aber ich wollte immer wieder Geld, ich hab natürlich kein Geld Bevor Bevor Ja, bevor ihr den Schroderlack nachher gebt, gebt ihr das lieber Leute, ich brauch auch noch ein bisschen Kohle Danke Danke Äh, ich auch Ach, so war's schon Ach, scheiße Ich bin ja mal gespannt Ich bin ja mal gespannt Ich bin ja mal gespannt